Das ist Sabine Kleinschmidt. Sie ist Mutter von zwei Kindern, Amit und Achmed. Leider ist ihr Mann verstorben. Somit kann sich Frau Kleinschmidt die Miete nicht mehr leisten. Sie sucht in der Zeitung nach neuen Wohnungen. Sie macht einige Termine zur Besichtigung. Na nun, was war denn das? Na ja, vielleicht hat er schlechte Baume. Solche Leute wollen wir ja nicht! Mama, was meint der Mann mit solchen Leuten? Und warum will er uns hier nicht haben? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht weil wir andere Kleidung tragen, vielleicht weil wir anders aussehen. Viele Menschen in Deutschland haben dasselbe Problem. Aufgrund von Diskriminierung und Vorurteilen finden sie keine Wohnung. Doch unsere kleine Familie hat Glück. Sie treffen Onkel Halil, der ihnen in seinem Viertel eine Wohnung verschaffen kann. Ich weiß es nicht genau. Wir kommen ja, vielleicht wenn ich meine Wohnung habe. Wir werden immer nur in unserer Wohnung. Wir werden ja auch hier nicht alles in der Welt vergeben. Wir werden ja nicht mehr machen. Und wir werden ja, bin ich. Vielen Dank.